hallo leute willkommen zu einer neuen folge projekt evolution in der letzten folge haben das ritual für ein injuring und jetzt fehlt uns da noch so ein netter cube und da wir beim peaceful mode nicht im peaceful mode sind der gg habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet köpfe habe ich auch schon geformt mit meinem tollen schwert normalerweise so wie ich kenne wenn ich jetzt da drei köpfe draus setze müsste er kommen also 1 2 3 der lädt sich jetzt auf dann sprengt alles weg netter cube und rare shader grab pack guck mal was da drin ist ich nehme rare shader grab pack abg erosien share minecraft eräuble ok immerse ja im mörsiv ok gut ok jetzt haben wir ein netter cube 2 Leder, 4 Gold und 2 Unstable Ingots, unten habe ich Gold, Leder müsste ich hier irgendwo haben und ich habe mir noch so meinen Crossbow gemacht, der leider nicht so effektiv ist wie ich dachte, aber trotzdem effektiv genug. Leder brauchen wir. Ich habe nochmal einen Division Siegel. Geil. Ganz lang gemerkt. Ups. Leder, Leder. Impleder, das ist kein Leder, das ist Impleder. Hier drin. Ne, ich glaube da drin. Nö. Nö. Da haben wir 3 Kobalt. Schaut schon mal Lederrüstung. Hm. Ich habe doch vorher überall Leder gehabt. Ich muss das ganze Leder haben. Hm. Ja, ich weiß, ich muss mal alles sortieren. Da ist aber die Frage, ob ich das im Livestream macht. Beziehungsweise im Leistungumbau. Oder das alles über Timelapse. Und, naja, macht. Mal gucken, ob hier drin was ist. Hm. Hm. Da kommt nicht, ob das ein bisschen liegen. Da zwei Stück. Mal. Dann habe ich oben noch. Ne, Leder. Nö. Gold 8. Die brauche ich auf jeden Fall. So, dann. Ich weiß es irgendwo Leder sein. Ich weiß es. Ich habe bestimmt nicht richtig geguckt. Hm. 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 Nö. Nö. Wenn ich jetzt kein Leder habe, das wäre ja voll viel Fehl. Ah. Wo ist, wo ist, wo ist, wo ist. Impläder bin ich aber nicht. Mal. Da war ich auch. Da auch. Da habe ich auch nichts. Obwohl da hinten könnte was drin sein. Stein Erde. Nein. Nein. Das heißt, wir müssen Kühe farmen. Kühe. Was sind die Kühe? Da gehen wir schnell in die Farmwelt. Die ist halt die unterstrich Farmwelt. Was ist die Kühe? Ja. Ha. Ups. Mein Fail. Was sind denn die ganzen Monster? Beziehungsweise Kühe? Kühe. Kühe. Hallo. Wo seid ihr? Da ist ein Pferd. Das kennt doch bestimmt kein Leder. Doch. Cool. Okay. Mal ein paar Pferdchen. Ups. Passiert. Ohne. Ohne zwei. Sobald sind wir drei. Slashorn. Und Slashorn. Okay. Slashorn. Und dann Slashorn. Okay, dann Iron Dia. Iron habe ich unten, Dia's auch. Davon brauche ich 2 und davon 2. Halt, jetzt haben wir das falsche Siegel noch. Wir haben das falsche Siegel. Da haben wir das Aktivierte. Da haben wir das nicht Aktivierte. Oh, wir haben sogar Minoturherz. Cool. Kann ich nicht reinsetzen, muss ich ersttrafen. Nein. Hier war's. Hu hu hu. Dia und Iron gehen. Dia und Iron. Wieso will das nicht? Hä? Wieso will das nicht? Why? Tell me why? Hä? Ja, der ist Unstable, das weiß ich. Aber wieso kann ich den nicht craften? Normaler Iron, Division Siegel activated und normale Dia. Ach. Muss ich den semi-stable machen. Das wäre ja richtig mies. Mal gucken. Dragon. Nebius. Jikiki. Muss ich da jetzt echt ein Dias auffüllen? Na ja ja. Mal. 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 Mal noch keinen Stack. Scheiße, meine Kisten sind voll, sehe ich gerade. So 64, genau 7 Unstable, soviel wollte ich zwar gar nicht, aber auch ok, so 2 Leder, 4 Gold und 2 Unstable. Das machen wir jetzt alles mal weg, dass ich das alles schon greifen kann. Einbrüch, ja bloß, ahahaha, Metacube, kann man ja mal probieren oder so hinkriegen, aber ich glaube die, ah ne, die sind Stable, cool, Angel Ring, wir haben den Angel Ring, das heißt, wir können fliegen, yay, eine riesige Erleichterung, nach so vielen Tagen des Schmerzes, Tagen, Wochen, jetzt können wir endlich fliegen, yay, so schöne Drachenwings, yay, cool, jetzt können wir mal durch die Welt cruisen, ich weiß nicht wer hier baut, aber, hm, machen wir noch nicht eine leere Hand, hat schon etwas, würde ich jetzt sagen. Gucken wir uns mal unser Häuschen an, von hier sieht es eigentlich auch nicht so schlecht aus, aber das wird ja alles noch, ich glaube da mache ich mal was drüber, da mache ich mal so drei, wie heißt das, so, Schwungaufnahmen, das sieht eher aus wie so eine Wiesengarage, von hier sieht es aus wie ein Block, ich muss hier ja auch, oben der Teil geht, aber unten gefällt es mir noch gar nicht, das muss ich noch ändern. Jetzt gucken wir mal zu den anderen, hier haben wir unser Britannia-Zeug, wo wir eigentlich auch die ganzen Hölzer vom Motor noch weg machen können, so, jetzt können wir fliegen, jetzt erleichtert uns das die Arbeit um ein Vielfaches, jetzt muss man nicht mehr immer hüpfen und alles, von dem her GG, wir haben einen großen Schritt gemacht Leute, und viele weitere werden folgen, so, das weg noch, und die zwei, die drei noch, und vier, da steht auch noch einer, so, habe ich jetzt alles, jetzt musste ich alle haben, vom Voto, 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 so, hier haben wir ein Maserathaus, das Bornbrunnen, hier ist ein Bahnhof, ich weiß zwar auch nicht, wer den gebaut hat, ne, was ist da, das ist, sieht auch mal nicht schlecht aus, ich glaube, das ist eine Farm, so, hier ist die Dinger, Mosi Stone, alles klar, so, gucken wir mal weiter, das haben wir hier hinten, hier führt der Bahnhof hin, und das ist, willkommen in der Hölle, willkommen in der Hölle, 0k-u, kooperatione, ah, also, Knefte und Uljam, alles klar, ist schon mal da, da führt auch noch irgendwas lang, nämlich der hier, der Weg, und Voto müsste irgendwo da hinten rumrennen, oh, ist das geil, endlich zu fliegen, Leute, hier haben wir auch einen, hm, hier auch einer, oder gehört das dazu, weiß ich nicht, und hier, Ah, Uto, bleib weg mit deinem Game Mode, wir können fliegen, yay, ja gut, Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge, wir haben das Ziel erreicht, ich hoffe euch hat's gefallen, wenn ja, zeigt's mir doch mit einem Daumen nach oben, mit einem Like oder mit einem Abo, wobei Daumen nach oben und ein Like ist das gleiche, naja, GG, bis zum nächsten Mal, euer Drina IP, und ciao, tschüss.